Teil 32 Firewall Street, Dienstag, 12 Uhr Auch heute klappte alles wie am Schnürchen. Dr. Rumi hatte mit ihrem Assistenten das Haus zeitig verlassen. Die Bleischachtel hatten sie fachgerecht in ein abschließbares Transportbehältnis gelegt. Er hatte alles bequem an seinem Bildschirm mitverfolgt. Pünktlich um 15 Uhr verließ er seine Arbeitsstelle und ging flotten Schrittes zur U-Bahn-Station. Er fuhr nach Hause, um die Ware zu holen. Im Wohnzimmer auf der Anrichte stand ein Blumenstrauß mit weißen, überdimensional großen Lilien. Daneben lag eine pfundige Schachtel mit Harrods Pralinen. Was war hier passiert? Wer war zu Besuch gewesen? Alarmiert hastete er ins Bad. Das Fenster stand offen. Wie konnte Betty vergessen, es zu schließen, bevor sie das Haus verließ? Hektisch schloss er den Arzneischrank auf und zerrte die Schachtel mit den Prostatatabletten hervor, kniete sich hin und leerte den Inhalt auf den Boden. Alles komplett. Die rote Kugel hatte sich zwar irgendwie aus dem Spiralanhänger gelöst, aber sie war noch da und unbeschädigt. Er legte die Kugel wieder in den Anhänger ein, zog sich die Kette an und schob sie unter sein Hemd. Pedantisch untersuchte er das Fenster auf Spuren, bevor er es wieder sorgfältig schloss. Er war um 17.30 Uhr verabredet. Er hatte noch genügend Zeit. Um 16.30 Uhr verließ Dunsmith das Reihenhaus. Er fuhr mit der Piccadilly-Line zum Leicester Square. Um die U-Bahn-Station gab es unzählige Ticketverkaufsstellen, die supergünstige Eintrittskarten für die momentanen Theater- und Musical-Aufführungen anboten. Er schlenderte interessiert an ihnen vorbei, blieb ab und zu stehen und verschwand schließlich am Square in einem vollen Café. Er bestellte sich am Tresen einen Espresso, den er gleich bezahlte. Der hagere Mann gab drei Zuckerwürfel in die Tasse, rührte kurz um und trank mit einem Schluck das schwarze Gebräu. Er blickte sich suchend um und verschwand Richtung Toilette. Kurz darauf schlüpfte eine veränderte Version von Dunsmith aus dem Café. Der Mann mit den graumelierten Haaren und den markanten Geheimratsecken trug eine karierte Sportmütze und eine große Brille, die ihn ganz veränderte. Er sah jünger aus und bewegte sich auch viel gelöster. Das unauffällige T-Shirt war verschwunden, er trug ein feingestreiftes Polohemd. Madison erkannte ihn an der weiten, unmodischen Jeans und an den Schuhen. Raymond hätte ihn glatt übersehen. Sie verfolgten ihn durch die Straßen und Gassen von Soho, abseits des Mainstreams. Bald verließ er das Viertel. Dunsmith bog in die Mortimer Street ein. Er schlenderte an einem noblen indischen Restaurant vorbei und überholte eine dänische Jugendgruppe, die offensichtlich auf dem Weg zum Englischunterricht war. Raymond mischte sich unauffällig unter die Schwatzenden, während Madison dicht hinter Dunsmith blieb. Der hielt vor einem Gebäudekomplex und starrte auf die Namensschilder. Er blickte sich unsicher um und setzte die Brille ab. Madison ging notgedrungen an ihm vorbei und hielt am nächsten Hauseingang. Dunsmith las die endlosen Namensschilder. Schließlich fand er, was er suchte und klingelte. Die Tür öffnete sich prompt und er verschwand. Madison rannte zurück und erwischte den Knauf, kurz bevor das Schloss einschnappte. »Was jetzt?«, fragte Raymond, der ein paar Sekunden später neben ihr stand. »Warte da drüben in der Einfahrt. Ich gehe ihm nach.« »Soll nicht lieber ich den Job übernehmen?«, fragte Raymond verlegen. »Quatsch, guck dir das Messingschild an. In dem Haus ist eine Agentur für Au-pair-Mädchen. Ich kann da viel unauffälliger schnüffeln.« Mortimer Street, Dienstag, 18 Uhr Die Tür neben dem Firmenschild NWP Pharmaceutical Analysis öffnete sich. Dahinter stand ein junger Schnösel. Dunsmith kannte ihn nicht. Normalerweise waren seine Kontaktleute unauffälliger. Der hier trug ein Bonbon-rosa Hemd und hippe Designer-Jeans. Dunsmiths Anblick erfreute ihn jedoch sichtlich und er führte seinen Besucher in ein helles Besprechungszimmer. Sie nahmen Platz und Tim Burns stellte sich vor und wies sich aus. Dunsmith nickte beruhigt, holte die Kugel heraus und überreichte sie. Neugierig inspizierte sein Gegenüber das rote Teil. »Ich dachte, sie wäre viel größer. Irgendwie imposanter. Egal, ich lasse die Ware im Labor checken. Falls alles in Ordnung ist, können sie gleich wieder gehen.« Versprach der blonde Mann und stand auf. Dunsmith starrte nervös auf seine Schuhspitzen. Eine blau-schimmernde Fliege krabbelte auf ihnen herum. Er verscheuchte sie. Das Tier surrte los und begleitete den Blonden. Im Labor nebenan wog eine junge Frau kristallines Pulver. Die PTA arbeitete mit einer Digitalwaage. Sie analysierte keine Proben. Das war die Aufgabe ihrer Kollegen und Kolleginnen in den anderen Laboratorien. Hier war der Sicherheitsbereich, in dem nur wertvolle oder gefährliche Substanzen verarbeitet wurden. Die Ware war für ausgesuchte Kunden bestimmt. Ein ganz besonderer Arbeitsplatz. Sehr gut bezahlt. Sorgfältig füllte sie das Pulver in Tütchen und verstaute Zehnerpäckchen in einer beschrifteten Box. Sie musste noch etliche Bestellungen zusammenpacken. Age war knapp, Crystal und Amphys hatte sie genug. Es piepste. Sie kontrollierte den Monitor. Der Blonde wollte rein. Nicht schon wieder. Sie konnte die Labertasche nicht ausstehen. Er hielt sie nur von der Arbeit ab. Sie strich sich durch das platinblond gefärbte Haar. Widerwillig löste sie die elektronische Verriegelung. Tim Burns trat in den Raum und säuselte. Ruby, mein Eisengel. Ich habe einen Spezialjob für dich. Du musst das kostbare Stück für mich wiegen, abmessen und fotografieren. Wichtige Angelegenheit für den Boss höchstpersönlich. Er setzte sich neben sie, reichte ihr eine Kugel und lehnte sich lässig zurück. Idiot, dachte Ruby und inspizierte das Teil. Sie hatte für den Boss schon allerhand Obskures und Verbotenes analysiert. Und jetzt kam Burns mit einer dämlichen Murmel und spielte sich auf. Gut, für die Größe war das Ding etwas schwer. Bestand wohl nicht nur aus Glas. Sie wollte gar nicht wissen, mit was das Ding gefüllt war. Wenn die Murmel für den Boss war, steckte er auf alle Fälle was Illegales drin. Ruby verzog keine Miene, stand auf und ging zum nächsten Laborarbeitsplatz. Dort legte sie die Kugel auf eine große Präzisionswaage, die mit dem Laptop verbunden war. Normalerweise benutzte sie die Waage für die Eingangskontrolle einer größeren Stofflieferung. Ruby registrierte nicht das triumphierende Leuchten in Burns Augen, als er den Wert ablas. Routiniert schickte sie die Messdaten und das Bild, das die Webcam automatisch aufgenommen hatte, zum Drucker. Als der Laserdrucker anfing zu schnurren, klingelte es an der Tür. Fast gleichzeitig regte sich der E-Mail-Messenger und kündigte weitere Anfragen an. All das Piepen und Surren ging ihr gehörig auf den Geist. Burns betrachtete neugierig den Überwachungsmonitor. Die Bilder flackerten, wie immer. Vor der Etageneingangstür stand ein Mädchen. »Kennst du die?« »Nein, die Tust will wahrscheinlich zu der Au-pair-Agentur. Die klingeln ständig bei uns!«, murmelte Ruby. Als niemand aufmachte, ging die Kleine weiter. Burns schnappte sich die Kugel und wagte einen hastigen Blick auf die Kundenwünsche. Der Monitor flackerte bläulich, dennoch waren die Buchstaben gut zu lesen. Er kapierte nichts, aber auch gar nichts. Die Verschlüsselung war perfekt. Sie wechselten den Code vermutlich jeden Tag. Ohne Rubys Einweisung würde er daraus nie schlau werden. Ruby hatte ihn beobachtet. »Verpiss dich!«, giftete sie ihn an. Dunsmith hastete aus dem Haus. Madison schlich so unauffällig wie möglich hinterher. Er eilte an Raymond vorbei, der keinerlei Anstalten machte, ihn zu verfolgen. »Penner!«, dachte Madison. »Lass ihn laufen! Lies die SMS!«, raunte Raymond ihr zu. Die Schrift auf dem Handy-Display leuchtete gelb. Red wurde übergeben. Männlich, blond, jung, rosa Hemd, Aktenkoffer. Hat Madison gesehen! Krass, dass ihr da seid! Blue! Just in dem Moment kam ein bonbonfarbengekleideter Mann aus dem Haus. Ein blonder Bürstenhaarschnitt zierte seinen Kopf. »Der sieht ja peinlich aus!« »Obwohl, wenigstens verliert man den Kerl nicht so schnell aus den Augen«, lästerte Raymond. Madison duckte sich, riss die Mütze vom Kopf, stopfte sie nebst Jacke in den Rucksack und zog ihre Sonnenbrille auf. Sie hakte sich bei Raymond unter und nahm mit ihm die Verfolgung der Geschmacksverirrung auf. Der Mann blieb vor dem London Palladium stehen. »Sound of Music« hieß das Musical, das dort seit Jahren aufgeführt wurde. Scheinbar interessiert schaute er sich die Bilder an. Eine in österreichische Trachten gehüllte Familie war in verschiedenen Lebenslagen zu bewundern. Der Kerl musste sich die idyllischen Szenenbilder nicht allzu lange zu Gemüte führen. Ein Herr in den besten Jahren tauchte neben ihm auf. »Das glaube ich nicht! Den kenne ich! Das ist Reading! Das gibt's doch nicht! Der verrückte Ufologe! Das wird ja immer ätzender!« schnaubte Raymond und zog seine Schirmmütze tief ins Gesicht. Die zwei Männer schüttelten sich die Hände und gingen in ein Gespräch vertieft Richtung U-Bahn-Station Oxford Circus. Sie hatten eine freundliche Miene aufgesetzt, die ihre Worte Lügen strafte. Sie stritten sich unerbittlich. Der Blonde übergab Reading beim Abschied den Aktenkoffer und verschwand blitzschnell in der Menge. War Red im Koffer? Und wo war Blue? »Was jetzt?« »Was jetzt?« fragte Raymond. »Uns bleibt nur die Trennung«, sagte Madison und grinste ihn schief an. »Ich hefte mich an die Fersen von Reading. Du beschattest den anderen Halunken und lass ihn ja nicht aus den Augen.« »Okay, sei vorsichtig. Reading ist sicher nicht der, für den wir ihn halten«, warnte er sie und rannte dem Blonden hinterher.